Danke. Deine Hüterin und ich haben uns unterhalten und wir haben eine Vereinbarung getroffen, die dich betrifft. Mein Orden braucht Hilfe und du brauchst Heilung. Ich hoffe, dass du mich begleitest, wenn ich aufbreche. Du wirst ein hervorragender grauer Wächter. Was hat das mit meiner Heilung zu tun? Alles, fürchte ich. Die Verderbtheit der dunklen Brut fließt durch deine Adern. Es ist bemerkenswert, dass du dich überhaupt wieder erholt hast. Aber am Ende wird diese Verderbtheit dich krank machen und töten. Oder Schlimmeres. Die grauen Wächter können das verhindern, aber dafür musst du dich uns anschließen. Ja, aber könnt ihr mir nicht einfach das Heilmittel geben? Das Heilmittel findest du nur, indem du dich den grauen Wächtern anschließt. Ähm, ja, gut. Gut, euer Angebot ehrt mich. Da sammelt sich eine große Armee der dunklen Brut und eine neue Verderbnis bedroht das Land. Diesem Sturm können wir nicht entfliehen. Vor langer Zeit versprachen die Dalish, den grauen Wächtern gegen die Verderbnis beizustehen, wenn dieser Tag jemals kommen sollte. Wir müssen dieses Versprechen nun einlösen. Es bricht mir das Herz, dich vorzuschicken. Könnte dich aber auch nicht langsam an dieser Krankheit dahinsiechen sehen. Es ist deine Pflicht und gleichzeitig deine Rettung. Dann nehme ich diese Ehre an, falls ihr mich wollt. Ich heiße dich in unserem Orden willkommen. Wir hatten nur wenige Dalish in unseren Reihen, aber sie waren alle herausragend. Ich weiß, du wirst einem Clan Ehre machen, Dalen. Nimm diesen Ring. Er ist dein Erbe und wird dich vor der aufziehenden Dunkelheit beschützen. Ein wertvolles Geschenk. Also, bist du bereit zu gehen? Ähm, ich würde gerne noch zu Tamlons beantworten. Wir haben einen weiten Weg vor uns, aber das werde ich dir nicht verweigern. Verabschiede dich. Dann müssen wir aufbrechen. Dann komm, Dalen. Lass dich ein letztes Mal von deinem Clan umarmen, bevor die Schöpfer dich von uns wegführen. Lass dich ein letztes Mal von deinem Clan. Lass dich ein letztes Mal von deinem Clan. Wir werden durch das Hinterland nach Süden reisen, zu den Ruinen von Ostegar, am Rande der Korkari-Wildnis. Das Reich von De Winter errichtete Ostegar vor langer Zeit, um die Wilden daran zu hindern, in die nördlichen Ebenen einzufallen. Es passt, dass wir uns ihnen hier entgegenstellen, auch wenn uns in diesem Wald ein anderer Feind erwartet. Die Truppen des Königs haben schon mehrfach gegen die Dunkle Brut gekämpft. Aber hier wird sich die Hauptstreitmacht der Horde zeigen. Im Moment gibt es in Ferelden nur wenige graue Wächter. Aber sie sind alle hier. Diese Verderbnis muss hier und jetzt aufgehalten werden. Wenn sie sich nach Norden ausbreitet, wird Ferelden fallen. Seid gegrüßt, Duncan. König Kaelin. Ich hätte nicht erwartet... Was? Eine königliche Begrüßung? Ich hatte schon Angst, ihr verpasst den ganzen Spaß. Um keinen Preis der Welt, euer Majestät. Dann habe ich in der Schlacht doch noch den mächtigen Duncan an meiner Seite. Prächtig! Die anderen Wächter haben berichtet, ihr hättet einen vielversprechenden Rekruten. Ist er das? Erlaubt mir euch, einander vorzustellen, euer Majestät. Es gibt keinen Grund für Förmlichkeiten, Duncan. Immerhin werden wir gemeinsam Blut vergießen. Hallo, mein Freund. Wie ist euer Name? Hier können wir das nicht überspringen. Es war eine lange Reise. Ja gut, uns vorstellen. Oder, ja, die Menschen hassen. Ich bin jetzt nicht und stelle mich mal vor. Die grauen Wächter bemühen sich, ihre Anzahl zu vergrößern. Und ich für meinen Teil freue mich, sie dabei zu unterstützen. Ihr gehört zu den Daedish, richtig? Ich habe von den beeindruckenden Fähigkeiten und dem Ruhm eures Volkes gehört. Nein, mach mich nicht unbedingt an, mich lächerlich zu machen über das menschliche Volk. Ja, ich dachte, die Menschen seien gefährlich verbunden in uns. Ich bewundere euch dafür, dass ihr einem Volk derart höflich begegnet, das dem euren so schreckliche Dinge angetan hat. Ich möchte euch sagen, dass ihr hier herzlich willkommen seid. Die grauen Wächter werden enorm davon profitieren, euch in ihren Reihen zu haben. Verzeiht, dass ich euch verlassen muss, aber ich sollte zu meinem Zelt zurückkehren. Logain brennt darauf, mich mit seinen Strategien zu langweilen. Euer Onkel schickt euch seine Grüße und erinnert daran, dass die Truppen aus Redcliffe in weniger als einer Woche hier sein könnten. Ha! Imon will auch sein Stück vom Ruhm. Wir haben schon drei Schlachten gegen diese Bestien gewonnen. Und morgen wird es nicht anders sein. Äh, mir war nicht klar, dass die... Ich bin mir nicht einmal sicher, dass das wirklich ein Verderbnis ist. Die Schlachtfelder sind zwar voller dunkler Brut, aber bisher gab es keine Spur eines Erzdämons. Seid ihr enttäuscht, euer Majestät? Ich hatte auf einen Krieg wie in den Geschichten gehofft. Ein König, der gemeinsam mit den sagenumwobenen grauen Wächtern in die Schlacht gegen einen verderbten Gott zieht. Aber ich nehme an, ich muss mich mit dem begnügen, was wir hier haben. Ich muss gehen, bevor Logain noch einen Suchtrupp aussendet. Lebt wohl, graue Wächter. Was der König gesagt hat, ist wahr. Sie haben hier einige Schlachten gegen die dunkle Brut gewonnen. Ja, du, gut, das klingt trotzdem nicht wirklich allzu gut. Äh, ja, die dunkle Brut wird nicht besonders ernst genommen. Oder vielleicht ist es doch keine wirkliche Verderbnis. Äh, es klingt nicht gerade wirklich beruhigt. Trotz der bisherigen Siege wird die Horde der dunklen Brut mit jedem Tag größer. Inzwischen scheinen sie sogar in der Überzahl zu sein. Ich weiß, dass ein Erzdämon hinter all dem steckt. Aber ich kann den König schlecht bitten, nur meinem Gefühl zu vertrauen. Ja, was soll der deiner Meinung nach tun? Wir haben den grauen Wächtern von Orlais eine Nachricht geschickt, aber es wird Tage dauern, bis sie zu uns stoßen. In Ferelden gibt es zu wenige von uns. Wir müssen einfach tun, was wir können und darauf hoffen, dass Terran Logain den Unterschied macht. Und deshalb sollten wir jetzt ohne weitere Verzögerung das Ritual des Beitritts fortsetzen. Okay, gut. Was? Um ein grauer Wächter zu werden, muss jeder Rekrut ein geheimes Ritual vollziehen, das wir den Beitritt nennen. Durch den Beitritt wirst du von den Leiden geheilt, die durch dein verdorbenes Blut verursacht werden. Wenn es eine andere Möglichkeit gäbe, hätte ich es schon früher getan. Der Beitritt ist gefährlich. Ja, ja, warum ist das Ritual jetzt so gehalten? Ich kann dir jetzt nicht mehr darüber sagen, außer, dass du bei Zeiten alles erfahren wirst. Bis dahin musst du darauf vertrauen, dass alles, was geschieht, notwendig ist. Warum hast du im... Na, großartig. Wenn du möchtest, kannst du dich ein bisschen im Lager umziehen. Ich bitte dich nur darum, es im Moment nicht zu verlassen. Hier im Lager ist ein weiterer grauer Wächter. Sein Name ist Alistair. Geh zu ihm, wenn du bereit bist. Und sag ihm, dass es Zeit ist, die anderen Rekruten zusammenzurufen. Bis dahin muss ich mich noch um einiges kümmern. Wenn du mich brauchst, findest du mich beim Zelt der grauen Wächter auf der anderen Seite dieser Brücke. Jetzt fängt es erst so richtig an. Gut, Schnellcodex-Seiten abarbeiten. Was? Was? Gut, Schnellcodex-Kopex-Seiten. Gut, Schnellcodex-Seiten. Gut, sind alle abgehakt. Was fangen wir hier noch? Finde den Grauenwächter, Alistair. Okay. Hallo, ihr müsst der Rekrut der Grauenwächter sein, den Duncan hierher gebracht hat. Und da hast du nicht unrecht. Vielen Dank.